USA Was? Ein Haas ist Dritter? Ne, Vierter! Ne, Dritter! Ne, Vierter! Du würdest mich doch verarschen Ich will nicht, dass du gegen ihn kämpfen tust Aber dennoch will ich, dass du pushen tust Ja Der Klack soll auf jeden Fall erster bleiben Wegen den Punkten als Fahrermeister Als Fahrerweltmeister in dem Fall Das ist ganz wichtig So, vor allen Dingen guck doch mal wie Verstappen pumpt, Alter Wie schnell der da dran ist, Alter Das ist doch unfassbar, Alter Die Räder haben wohl blockiert Da, jetzt guckt mal 4,5 Sekunden, Alter Ich bin einer mit der Top-Fahrzeuge Ja Also wortwörtlich jetzt Was ist denn? Das muss man noch überlegen Ja Also So Das war's. Da haben die Räder blockiert. Jetzt bin ich mal echt gespannt, Alter. Verstappen tut die überhaupt nicht pushen. Nee, nee. Alter. Das verstehe ich halt nicht. Alter, was ist das, Alter? Das ist sehr merkwürdig, was Red Bull hier abzieht, Alter. Also, sehr merkwürdig, was der mit den Reifen schaffen tut, Digga. Das ist... Alter, vor allen Dingen, wie er pusht, Alter. What the fuck, Alter. Er freileg, rein. Double-Break, Alter. Boxenstopp. Ja. What the fuck, Alter. Zwei Sekunden, Digga. So muss das laufen, meine Freunde. Schön hart pushen jetzt hier, komm. Ferrari rückt um eine Position vor. Also, das ist ja echt krass, muss ich sagen. Also, was für Stappen vorne macht. Jetzt auf einmal kann ich... Holi hoch auf. Also, versteht ihr, was ich meine? Also, ja. Jetzt macht Paris einer ficken. Alter, guckt euch das mal an, weil da zeigt jetzt oben links, ja. Unfall mit mehreren Autos. Komm, Safety Car, danke. Da kann man noch was machen, denke ich. Ja, könnte man eigentlich nochmal auf eine harte Mischung gehen. Und das komplett durchpushen. Ja, warte mal, müsste eigentlich klappen. Sagen wir mal, ich kann... 36 Runden fahren. 28 Runden fahren. 28 Runden fahren. Ich muss. Das ist halt... Mehrere Wagen haben einander toschiert. Ja, du musst. Das ist halt... Ich muss mit den Reifen, die ich jetzt habe... Kürzlich. Ich fahrt beide rein, weil das so ist. Das ist halt... Das ist halt... Kann er ruhig machen. Weil der geht nämlich auch rein und holt sich... Harte Reifen ab, habe ich gewusst, dass er sich harte Reifen abholen. Uh. Habe ich gewusst. Habe ich gewusst. Alter. Paris geht auf jeden Fall rein. Russell geht auf jeden Fall rein. Brauchen wir nicht drüber reden. Alonso geht auch auf jeden Fall rein. Muss mit. Safety Car in this lap. Ja. Ja. So. Wir haben natürlich vorgesorgt. Und... Gehen jetzt in den ultimativen Sprint rein. Hallo. Ja, ja. Komm, ab geht's. Das Perez hat auf jeden Fall kacki gemacht. Sag ich offen, wie es ist. Brauchen wir nicht drüber reden. Perez. Boom. Weg. Ja. So. Schon richtig, dass Leclerc sich zurückhält. So. Boah, so gar nicht probieren, Verstappen, alter Blöder Wichser. Ja, bloß hinter mir, sag ich dir. Ich lärg, du musst pushen, sag ich dir. Also zeige ich hier zu viel Druck. Ja, ich lärg, du bist so ein Wichser, was Abwehr betrifft, ey. Red Bull hat einen Platz gewonnen. Oh, weiter. Ich lasse das jetzt so laufen, fertig. Das ist so. Ich lärg, du musst du voll durch pushen jetzt. Weil da verliert der auch Zeit. Da ist wohl jemand von der Linie abgekommen. Was, Bottas ist die schnellste Runde gefahren. Ja, also. Ferrari rückt um eine Position vor. Ah, jetzt kannst du auf einmal nicht mehr pushen, oder was? Verstappen, alter. Sieht aus, als würden die Reifen blockieren. Alter, Verstappen, lass mich doch jetzt einfach zufrieden, Digga. Was ist denn da zu schwer zu verstehen, Digga? Ja, es sind die Prozente, die jetzt so fehlen, denke ich. Langsam geht's los. Alter, Verstappen lass es doch einfach jetzt, Mann. Das gibt's doch nicht. Okay. 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 Aber jetzt wird's so kritisch. Es wird kritisch, meine Freunde. Ey, der ist endlich aus dem DHS-Fenster raus, alter. Dieser Wichser. Gewesen, alter. Ich will ja mal überlegen, alter, wie kann der so hart pushen und hat 6% Vorsprung, alter, was reicht noch nicht mal, fast 10% Vorsprung. Safety Car, Safety Car. Klingt so, als hätten sie aneinander toschiert. Alter, besser kann's nicht laufen, Digga. Koffe. Safety Car in der vorletzten Runde oder so'n Scheiße, ey. Ey, vier Runden, Digga. Geil. Da können wir das Tappen ruhig reinfahren, Digga. Ist mir scheißegal. Ich bleib drin. Das ist besser, kann's nicht laufen für uns gerade. Also wortwörtlich, Mann. Ist das krass. Ich weiß, da kann's nicht laufen. Ernsthaft, Mann. Kaum noch zwei Runden oder so, dann, äh, habe ich... Ja, du, das ist mir schon klar. Wer Stappen hat jetzt auch langsam Verschleißprobleme. Was tun wir? So, Safety Car is in this lap. Das ist schon beendet. Zwei Runden durchhalten, Digga. Okay, copy. Zwei Runden, Alter. We got textiles, right? Man hat's mau, ja, ja. Vorletzte Runde, Alter. Leg Leerkeit durch, Alter, mein Freund. Leg Leerkeit durch, Alter. Leg Leerkeit durch, Alter. Letzte Runde, Mann. Halte den auf, sag ich dir. Letzte Runde, Leg Leer, Alter. Gegen Verstappen. Halt durch, mein Freund, Digga. Letzte Runde, mein Schatzi, Alter. Halte durch. Wachst du vorbe... Alter. Was ist das denn für ein Scheiß, Alter? Alter, Leg Leer, was ist mit dir? Einsetzen, jetzt mach was, Alter. Überhol den. Alter, ey, was ist das für ein Hartz-Push-Scheiß, Alter, hier. Guck mal, wie der wegzieht, Alter. Das gibt's nicht. Echt nicht. Halt das Maul. Ich krieg das nicht gebacken, Alter. Das ist hier... Ich hab schon neun Heckflügel reingebaut, Alter. Und bin bei den meisten Dingen, Alter, auf Platz 1. Aber trotzdem tut Red Bull übel pumpen, Alter. So krank eigentlich. Musik 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 Musik